und dann haben wir es von allein leistet aus du wirst gekehlt und wir nicht ja das ist eigentlich ja ich bin ein Teamplayer Kanonfoto und ich sage irgendwas irgendwas muss ich an mir haben dass das dass die Gegner automatisch und wir sehen sollen wurde es auch schon also was die anderen mit ihm gespielt haben konnten neben dem ein Zombie herlaufen um ihn wegzuholen, die sind alle bei mir geblieben nur ein paar Weiber diesen Marzellern hinterhergelaufen ja man muss schon sagen, wenn die nicht schon so vergammelt, ey, hatten die schon ganz schon geile Titten da, die Zombie-Viber das schreibe ich jetzt mal als Plus auf bei Call of Duty die neue Spielezeitriff wird das keiner schreiben die Titten sind geil, aber der Rest ist im Arsch ja, der Rest ist im Arsch ja, der Rest ist im Arsch, ich wollte es gerade sagen haha